Willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Generals. Ja, wir kommen taktisch langsam voran. Und zwar gut voran. Das ist allerdings auch notwendig, weil wir wurden gerade mit dem Skatsturm beschossen und das möchte ich nicht unbedingt nochmal erleben. Okay, auf Nummer sicher. Der Team schicke ich mal besser Wanderthin. Und hier noch ne Mick. Okay, die Verteidigungslinie ist wirklich notwendig. Der geht momentan wirklich auf alle Register. Na gut, dass ich die Overlots und die zusätzlichen Artillerie-Geschütze noch hier hingestellt habe. Oh mein Gott. Hier tobt ja wirklich der Krieg. Ihr seid hier oben. Perfekt. Jetzt haben wir noch ein drittes Flugfeld. Nee, nicht wirklich. Egal, dann müssen wir vier, acht nix tun. Aber wohl, Moment. Ha! Ich kann definitiv auf Nummer sicher gehen. Und dann kann ich mit dem Mix bombardieren und gleichzeitig mich schon bereit machen und den mit Artillerie beschießen. Dann weiß ich, wo das ist und kann das erstmal unter Beschuss halten. Das ist dann schon ein starker taktischer Vorteil. Was heißt, wir müssen einen Schlag gegen den Scud-Sturm finden. Aber ich frage mich, wie der meine Basis sehen kann. Und zwar das Gebäude ist fertig. Das wollte ich hören. Mix. Mehr Mix. Und zwar sofort. Und das Ding selber geht erstmal zur Reparatur. Ich will sagen, wo habe ich denn den zweiten stehen. Hä? Wo habe ich denn jetzt den zweiten Rapp- Ich muss gerade in erster Linie rauskriegen, wo der seinen Scud-Sturm hat. Wir verteidigen Chinas Luftraum. Scud. Scud, 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 scud-Sturm. Aber jetzt wissen wir, wo es ist. Oh nein. Shit. Hier hin. Und zwar schnell. Hat's auch noch. Ja, zwei Hacker hat's auch erwischt. Waffenverbrücken. Und zwar schnell. Shit, 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 shit. Fuck. Okay, aber ich weiß wenigstens. Ich weiß wenigstens, wo es dann jetzt hingeht. Ich würde sagen, hau rein. Bau, Bau, was da Zeug steht, aber Bau. Also, der hat eine Basis hier. Offensichtlich. Und hier. Mit Stingern umzingelt. Das ist aber relativ egal, weil wir konzentrieren uns komplett auf den Scud-Sturm. Wir zerstören den mit einem Schlag, wenn es möglich ist. Ich kann alles lahmlegen. Aber wenigstens haben wir so die Chance, zu überleben. Zwei Minuten 51 Bau. Einen dicken, schneller, wenn's geht. Wir haben große Pläne. Finden Sie einen besseren Standort. Und los. Mix bereit, mix bereit. Eventuell können wir mit dem nächsten Schlag mit dem Mix komplett dieses Drecksding da oben zerlegen. Fünf Minuten. So, scheiße, wird nicht rechtzeitig fertig. Jetzt kann man nur hoffen, dass er halt nicht wieder neu gebaut nach Multiplayer-Ki. Komm, 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 und los, 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 los. Und die parke ich jetzt erstmal woanders. Mix, mix, mix. Baut schneller Mix. Ich gehe davon aus, dass er auf dieses Gebäude zählt. Oder auf dieses. Ich kann sagen, komm, mach die vierte Mix und dann geht's. Das sind dann vier, acht, zwölf Mix. Das dürfte der eigentlich nicht abwehren können. Komm, 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 komm. Yes. Okay. Okay. Skat-Sturm. Ach, Skat-Fahrzeuge. Einheit verloren. Egal, Angriff. Yes. Skat-Sturm zerstört. Oh-oh. Das war's wert. Obwohl, kommt mal zurück hier. Habe ich alle Mix verloren? Tatsache. Was brauchen Sie? Alles klar. Jetzt hoffe ich, dass er die nicht nachbaut. Dass er diesen verdammten Skat-Sturm nicht nachbaut. Weil sonst habe ich nämlich ein Problem. Ich würde gerade sagen, nick, 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 nick. Und hier. Die nächsten zwei. Ändere den Kost. Der will mich wohl trollen da mit seinem Scheiß. Schon wieder einer? What the fuck? Wir verteidigen Chinas Luftraum. Ich bin unterwegs. Dann fliege ich mal hier runter. Da haben wir noch den Übeltäter. Ich wollte gerade sagen, Naupalm, lasst es Naupalm regnen. So, und jetzt gucken wir mal. Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. Wollen wir so Fahrzeug stecken? Oder beziehungsweise hier? Ja. Als nächstes auf der Liste stehen Atombomben. Mit Atombomben dürften wir denen nämlich das Leben ganz gut schwer machen eigentlich. Doch, doch. Gucken wir mal hier. Wie geht mit dem Einschlägen aussieht. Nice. Dem werde ich helfen. Oh, dem werde ich helfen. Oh, wie niedlich. Explosion. Okay. Abwähren. Mick. Mick, 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 Mick. Mick. Ich bräuchte, ich wollte sagen, ich bräuchte irgendwie so eine Art Tarnpanzer oder so einen Scheiß. Ich würde gerade sagen, jetzt gibt es wieder so einen Mick-Hagel-Angriffsflug. Weil dieses Gebäude hier, die komische Zentrum, das muss ich zerstören. Das dürfte auch eventuell dazu führen, dass die Nachschub an Kiffpanzern unterbrochen wird. Feindliche Bogen-Trocken. Genau. Ah, die Mick wird es wahrscheinlich erwischen. Oder auch nicht. Okay. Feinde... Ah. Meine Freunde sind zurück. Ich bin unterwegs. Ich weiß. Wir verteidigen Chinas Luftraum. Angeschnallt und bereit. Ich bin unterwegs. Das wäre jetzt schon fast kritisch geworden. Kraftwerk. Und noch eine Atombombe. Davon kann man nie genug haben. Besserer Standort. Zack. Die Schusskraft erhöhen. Mit nuklearer Munition. Schon wieder... Oh mein Gott. Ähm... Na, wo stecken sie? Na, wo stecken sie? Da haben wir'n doch. Zack. Kommt irgendwo noch einer? Nö. Nur ein Geschwader an Jeeps. Was... ...geradewegs in den Tod fährt. Wie ich sagte. Äh... Okay. Läuft ganz gut grad. Kann ich mich nicht beschweren. Da-dum, da-dum. Ja, ich weiß. Die Säure. Aber wir sind ja sowieso mal nicht fertig. System online. Ich bin unterwegs. Uran-Granaten bereit, Generat. Yes. Uran-Granaten. Mehr Feuerkraft für meine Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Ähm... Gut, hier ist schon mal nix. Aber hier. Feuer! Todes-Narpalm-Welt. Gut. Jetzt ist die Frage, wo der noch überall seine... Oh, Ruckler. Ruckler. Oh, what the hell? Boah, ich geh euch hier rum wie so ein Idiot. Äh... Ich wollte gerade sagen, jetzt ist das Ganze zum Stillstand gekommen. What the fuck is... Lasst uns bauen! Ja. Das, was wir hier noch gebrauchen könnten, ist so ein Turm. Schön hier. Fahrzeug. Hier oben kommt der immer mit seinem Scheiß-Gatt-Wagen her. Okay, wenn die Antombomben bereit sind... ...hier alles einschlagen lassen. Jetzt ist der Breicher frei. Ich würde sagen, kommen die Geschosse? Jo, komm. Okay, das dürfte eine kleine Verzögerung geben. Juhu! Momentan haben wir wieder die Überhand. Und der Gegner wird... ...zurück gedrängt. ...notfalls habe ich für den... ...schnellen Schlag... ...habe ich einen Haufen Nix bereit. Ansonsten müssen wir erst mal damit diese dämlichen... ...Scut-Fahrzeuge abwehren. Selbst die haben keine Chance gegen Overlord. Operation Scud-Strike... ...hat voll gefruchtet. 100 Punkte. Haha. Okay, Leute, das war es an der Stelle erstmal mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es heißt, wir beschießen... ...mit Atombomben... ...seine Basis. Hier oben. Hahaha. Das wird ein Spaß. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.